Die Wunder Jesu sind historisch bestens dokumentiert. Woran können wir das feststellen? Anhand der Zeugnisse, die es über diese Wunder gibt. Wir wollen uns nun anschauen, wie historisch gut die Wunder Jesu dokumentiert sind, um die Diskussion ein für alle Mal zu beenden. Zunächst einmal ist das größte Wunder der Bibel heutzutage wissenschaftlich untermauert. Die Entstehung der Welt aus dem Nichts durch Gottes Macht. Und das bedarf natürlich einer Erklärung durch einen über allem stehenden Schöpfer. Das haben wir bereits festgestellt. Was wir ferner feststellen können und konnten, ist einfach die Tatsache, dass damit für diesen Schöpfer nichts unmöglich ist. Und da Wunder und Zeichen, Visionen, Transzendenzerfahrungen Menschen von Beginn an ihre Existenz begleiten. Ist es müßig zu sagen oder zu leugnen, dass Wunder existieren? Wenn man an einen historischen Bericht geht, dann muss man prüfen, ob dieser Bericht historische Tatsachen enthält, mit historischen Methoden. Man darf ihn nicht ablehnen, weil man von vornherein glaubt, dass dieser Text nicht wahr wäre. Vielleicht auf Basis dessen, was man selbst glaubt über die Natur. Doch man muss eben auch in der Lage sein, wenn man sieht, dass das, was man selbst geglaubt hat, keine Basis mehr hat, einfach das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also nicht, wir dürfen sagen, naja, Wunder gibt es ja sowieso nicht, also kann das gar nicht wahr sein. Wir müssen erst prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Und dann können wir auf Basis dessen, was wir historisch geprüft haben, ein Urteil fällen. Wenn wir über die Wunder Jesu sprechen wollen, sind die vier neutestamentlichen Evangelien der erste und wichtigste Ort, an dem wir nachsehen sollen. Diese detaillierten Berichte über jesuirdisches Wirken von Augenzeugen verfasst, nennen sich Augenzeugenberichte, die interessiert sind, die historische Wahrheit darzustellen. Lukas 1. Und wenn wir sehen, dass die neutestamentlichen Evangelien immer soziokulturell, in Studien über die damalige soziokulturelle Lage, in archäologischen Ausgrabungen, in all ihren Angaben bestätigt wird, dass das Ganze einen historischen Rand besitzt. Denn wir wissen, Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft, Jesus wurde durch das Kreuz hingerichtet und Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde, geschah dieser Pneumalpleuralergus, wie in das Johannes-Evangelium korrekt berichtet, und auch dieses Erdbeben, mit dem das zusammenfiel, was heutzutage beweisbar ist, was in Matthäus eben auch berichtet wird. Und das können wir außerbiblisch verifizieren. Das bedeutet, wir haben Quellen und wir haben Beweise dafür, dass dies so geschehen ist. Das bedeutet, die neutestamentlichen Evangelien besitzen einen historischen Rand. Und sie beschreiben auch Orte und Zeiten richtig. Und diese Geschichten mit Jesus, die spielen an realen Orten, bei realen Personen. Und dass das Ganze nicht einfach nur eine Nachplapper-Erzählung sein kann, was man sich irgendwie eher recherchiert hat, für eine solche Geschichte bekommst du nicht viel Geld, dann wirst du verfolgt, in der damaligen Zeit. Das wird dadurch klar, dass keine Quelle außer den Evangelien so gut informiert ist. Denn schaut man einfach mal in die gnostischen Evangelien des 2. und 3. Jahrhunderts, da sieht es dann schon zappendust aus. Und die haben keine solchen Historicitätsmerkmale, wie es die neutestamentlichen Evangelien haben. Alle Evangelien sind sich einig, dass Jesus Wunder tat. Ob durch Exorzismus, durch andere Heilungswunder, oder durch Naturwunder, durch Totenerweckungen, oder durch Geschenk, Straf- und Warnwunder, und Rettungswunder. Manche Wunder, wie zum Beispiel die Speisung der 5000, werden mit historisch peniblen Details in allen vier neutestamentlichen Evangelien in ähnlicher Weise und in Augenzeugen, kleineren Details, die aus Augenzeugenperspektive, aus verschiedenen Perspektiven natürlich plausibel wären, beleuchtet. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die neutestamentlichen Evangelien nicht nur berichten, dass wir es mit Wundern Jesu zu tun haben. Und auch das früheste Evangelium, das Markus-Evangelium, berichtet da selbstverständlich davon. Bei den Exorzismuswunden sind es auch andere Menschen, die dann im Namen Jesu dies taten. Markus 9, 38. Das führte dazu, dass andere Menschen ihn für den wiedergeborenen Elia hielten und für den Propheten, den wiedergeborenen, wiedergekommenen Propheten der Endzeit. Doch als dieser wiederkehrende Prophet wurde von den Christen Johannes der Täufer gesehen, sodass das keine christlich erfundene Tradition gewesen sein kann. All dies deutet darauf hin, dass diese Wunder und diese Exorzismuswunder tatsächlich auf den historischen Jesus zurückgehen. Und wenn wir zudem sehen, wie die Evangelien zum Beispiel in Lukas 9, 1 darüber sprechen, wie Jesus, und das waren ja Schriften der Jerusalemer Urgemeinde, und die hätte sich ganz schön in Verruf gebracht mit dieser Behauptung. In Lukas 9, 1 wird nicht nur gesagt, dass die Jünger einen wunderhaften Meister hatten, sondern dass dieser wunderhafte Meister in seinem Namen diese Menschen dazu bewegte, Wunder zu tun. Das hätte die Jünger angreifbar gemacht, wenn ihre ganzen Geschichten gar nicht gestimmt hätten. Was können wir ferner sagen? Die Wunder Jesu, die führen oftmals dazu, dass man ihn mit Belzebub in Verbindung brachte und dass andere Menschen im Namen Jesu begannen, Wunder zu tun. All das zeigt, dass das Peinlichkeitskriterium an dieser Stelle wieder mal zur Stelle ist. Das bedeutet, dass dieser Wunder in einen Kontext eingebunden ist, in dem man ihn gerade nicht erwarten würde, wenn er allein aus theologischer Motivation heraus entstanden wäre. Der Punkt mit den Jüngern wird nun noch wichtig werden. Denn das Zeugnis der Apostelgeschichte und der Briefe ist ebenfalls da. In Apostelgeschichte 2, 22 haben wir eine frühe Predigt von Petrus. Männer Israels, hört auf diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der euch von Gott mit Wundern und Zeichen und Taten bezeugt wurde, die Gott durch ihn in eurer Mitte gewirkt hat, so wie ihr es selbst wisst. Diese Predigt der Apostelgeschichte stimmt stilistisch mit den Petrusbriefen und mit dem damit vorgetragenen theologischen Stil des Apostels Petrus ein. Und Lukas hat frühere Quellen verwandt. Einige der Reden in der Apostelgeschichte enthalten das, was Gelehrte vorliterarische Überlieferungen nennen. Mündliche Überlieferungen, die seit viel früherer Zeit im Umlauf waren und heute noch in schriftlicher Form in der Apostelgeschichte zu finden sind. Und die Apostelgeschichte bewahrt das nicht nur. Wir haben zahlreiche andere Beispiele. Wir haben den Hebräerbrief. Hebräer, Kapitel 2, Fernseher 2 bis 4, bezeugt in allen umliegenden Gemeinden damals, warum sollte jemand so einen Brief verfassen? Nachdem es zuerst durch den Herrn, also durch Jesus, gesprochen worden war, wurde es uns von denen, die es hörten, bestätigt. Und Gott bezeugte es auch mit ihnen, sowohl durch Zeichen und Wunder, als auch durch verschiedene Wunder und durch Gaben des Heiligen Geistes nach seinem eigenen Willen. Wir haben auch den Bericht von Jesu wundersamer Verklärung auf dem Berg in 2. Petrus 1, 16 bis 18. Wir haben dann auch gerade das Zeugnis in der Apostelgeschichte, dass die Apostel tatsächlich das taten, wozu Jesus ihnen in Lukas 9 die Bevollmächtigung gab, Wunder zu tun. Einer von ihnen ist der Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 12, 12 an die Gemeinde in Korinth, wie der Brief schon sagt, dass er unter ihnen Zeichen, Taten und Wunder, machtvolle Taten, Zeichen und Wunder gewirkt hat, die für einen wahren Apostel charakteristisch sind. Das bedeutet, nicht nur berichtet die Apostelgeschichte davon, Paulus selbst erinnert eine Gemeinde daran, dass er unter ihnen Wunder getan hat. Jetzt, wenn ich zu einem Publikum, vor dem ich glaubwürdig erscheinen möchte und verfolgt werde, sagen würde, ich hätte vor ihnen Wunder getan und die sagen dann, ja, da können wir uns nur leider nicht daran erinnern, weil es nicht so war, dann würde ich mich damit selbst erledigen. Es gibt keinen Grund, warum ein für seinen Glauben verfolgter Mann so etwas tun würde. Und das bedeutet, Paulus selbst gibt von seinem eigenen Beispiel Zeugnis dafür, dass er tat, was Jesus durch die Wunder tat, was Jesus durch die Jünger an Wundern tat. Wir haben auch andere frühchristliche Zeugnisse. Wir haben das Zeugnis des Irenaeus. Er hat noch Polycarp gehört und damit ist er auch, weil der Kontakt zum Apostel Johannes hatte, mit vielen Menschen in Berührung gekommen, die die Wunder Jesu tatsächlich leibhaftig miterlebt haben und vielleicht sogar davon betroffen waren. Auch haben wir einen Brief vom Quadratus, der im sehr frühen zweiten Jahrhundert noch Leute kannte, die diese Wunder miterlebten. Solche Dokumente weisen auf die anhaltende Präsenz der Augenzeugen hin. Auch Justine der Märtyrer in seiner ersten Apologie Kapitel 48 weist auf so etwas noch hin. Justines Behauptung, dass das Zeugnis von Jesu Wundern tatsächlich eine Angelegenheit öffentlicher Aufzeichnungen war und seine Leser dazu aufforderte, die Dokumente von Pontius Pilatus zu diesem Thema nachzuschlagen, das macht es schwer zu glauben, dass Justine hier blöfte. Denn wenn er das getan hätte, dann wäre er für eine Lüge gestorben. Aber wer stirbt schon für eine Lüge einen Märtyrer-Tod? Dann wäre erst richtig was los gewesen. Dann wäre dieser Mann in Teufelsküche gekommen. All diese Dinge zeigen, dass wir es mit frühchristlichen Zeugnissen zu tun haben. Und natürlich werden da auch peinliche Dinge genannt. Also kann man auch nicht sagen, ja, das ist alles nur frühchristliche Fantasterei. Nein, nein. Das sind historisch akkurate Berichterstattungen. Wir haben auch außerbiblische Zeugnisse über diese Wunder. So zum Beispiel von Flavius Josefus. Wir haben ihn, wir in jüdischen Altertümern, Buch 18, Kapitel 3, Sektion 3, Abschnitt 3, das schreibt, dass Jesus Wunder tat. Und auch wenn von manchen Menschen das Ganze als christlich überarbeitet betrachtet wird, so ist ein gewisser Stil des Josefus darin noch erkennbar und so sein originaler Text rekonstruierbar. Dumm für die Skeptiker, der Wunderabschnitt kommt im rekonstruierten, zweifellos von Josefus stammenden Schreibstil aber vor. Das bedeutet, der hat das geschrieben. Und noch etwas, nicht nur haben wir es mit einem zuverlässigen Historiker zu tun, auch andere geben Zeugnis von dieser ganzen Geschichte. Sextus Afrikanus und Thallus, die haben ja schon davon geschrieben, was Matthäus hier schreibt bezüglich der Erdbeben und was die Evangelien meinen bezüglich der Sonnenfinsternis bei Jesu Kreuzigung. Das war ein öffentliches Event, das haben die Augenzeugen mitbekommen. Darüber haben Historiker geschrieben. Doch auch Kritiker in Matthäus 9,34, Markus 3,22 und Lukas 11,15 werfen Jesus schlimmste Dinge vor. Zum Beispiel in Markus 3,22 und anderen, dass er mit Pelzebub in Verbindung steht, das macht natürlich keinen Sinn, weil dann hätte sich der Teufel selbst geschadet, wenn er seine Legion vertreibt, aber gut. Und Jesus hat ihn auch entlarvt, den Teufel, in Johannes 8,44, aber gut, allein dieser Vorwurf, da kann er nicht von christlicher Tradition stammen, denn warum sollten Christen für eine Lüge sterben und gegen sich und ihren größten Führer, den sie als Gott bezeichnen, solche Anschuldigungen erfinden. Das macht beim besten Willen absolut keinen Sinn. Ferner haben wir die rabbinischen Überlieferungen im babylonischen Talmud, die nicht erleugnen, die nicht leugnen, dass Jesus Wunder tat, sondern die lediglich davon berichten, dass Jesus ein bösartiger Magier gewesen sei, ein Zauberer, der böse magische Künste angewendet habe. Und es gibt, er enthält Traditionen, auch wenn er Jahrhunderte nach der Zeit Christi im 5. bis zum 5. Jahrhundert, 3. bis 5. Jahrhundert zusammengestellt wurde, er enthält Traditionen, die viel älter sind als die Zeit seiner Sammlung. Und die Tatsache, dass diese talmudischen Traditionen so stark mit der Art von Argumenten übereinstimmen, die das Neue Testament selbst sagt, die die jüdischen Führer gegen Jesu Wunder vorbrachten, ist ziemlich bemerkenswert. Und die Juden sind auch nicht die Einzigen. Ein heidnischer Philosoph und Gegner des Christentums namens Kelsos oder Zelsus, der räumte zwar ebenfalls ein, dass Jesus Wunder wirkte, argumentierte jedoch, dass diese Wunder genauso wahrscheinlich Zeichen böser Zauberei seien. Und auch die Ketzer, denn es gab nicht nur frühe Christen, die am Evangelium festhielten, an Jesulehre, an apostolischer Lehre, sondern auch in den frühen Jahrhunderten nach seinem Leben und Wirken gab es eine Vielzahl von religiösen Sekten, die bald versuchten, Jesus irgendwie für sich zu vereinnahmen. Die Ebioniten, Jesus sei bloß ein menschlicher Prophet, ohne göttliche Natur gewesen, bis zu den Gnostikern, die den Gott des Alten Testaments als den bösen Schöpfer der schlechten physischen Natur darstellen wollen und an zwei Götter glauben. Es ist erwähnenswert, dass keine dieser sektuiden Gruppen, die nicht mit der apostolischen Lehre übereinstimmten, leugnen, dass es sich tatsächlich um Wunder bei Jesus handelte. Es handelt sich um einen Wundertäter. Das wird ganz klar gemacht. Und einer Mehrheit der am höchsten verehrten Rabbiner im Judentum wurden nie irgendwelche Wunder zugeschrieben. Die Griechen verehrten Plato, Sokrates und viele andere Weise mit wahrhaft religiöser Hingabe und schrieben ihnen dennoch keine Wunder zu. Wenn Jesus nur ein profunder Lehrer gewesen wäre, der keine Wunder gewirkt hätte, wäre es wahrscheinlich, dass es zumindest einige Einzelpersonen oder Sekten gegeben hätte, die nichts davon berichtet hätten, was Jesus an Wunder tat. Und übrigens, die dann auch das Ganze geleugnet hätten. Und noch etwas, das ich gerne anmerke. Wusstet ihr, dass Leute, die im Judentum damals hervorstachen, gern auch mal aufgebahrt wurden und dass die dann von anderen Juden, dass ihr Grab dann quasi verehrt wurde, die wurden dann aus dem Felsengrab genommen und in ein Oswarium überführt, einen Knochenkasten. Und dahin wurde dann auch gepilgert. Bei Jesus ist so etwas nie geschehen, was ja wiederum auf die leibliche Auferstehung schließen lässt. Wir sehen also, es gibt so viele eine Komprimation überzeugender Quellen, die davon berichten, dass Jesus Wunder tat. Alles in allem haben wir im ersten Jahrhundert eine absolut frühe überzeugende Basis zu wissen, dass Jesus Wunder tat und dass er durch seine Bevollmächtigung die Apostel, die ihn selbst verkündeten, ebenfalls diese Macht, die er ihnen verlieh, angewandt haben. Das können wir durch den Apostel Paulus zum Beispiel schon wissen. Dann gab es auch noch außerbiblische Quellen von frühchristlichen Schriftstellern, die Zugang zu Augenzeugen berichten hatten. Und selbst nicht christliche Schriftsteller, auch der Komiker Lukian von Samosata, der zum Beispiel berichtete, was die Christen glaubten und viele andere auch. Auch Plinius der Jüngere, der sagt, was die Christen glaubten, dass Jesus Gott war. Zelsus, der babylonische Talmud, ja, all das sind halt so Quellen, die halt so gar nicht christlich sind. Das sind halt einfach Leute, die absolut kein Interesse daran gehabt haben können, Wunder Jesu zu erfinden. Ganz im Gegenteil, die haben das dann irgendwie verleumdet und irgendwie blöd dargestellt, aber warum haben sie es denn nicht geleugnet, wenn es Zweifel daran gegeben hätte, dass Jesus Wunder tat. Weil eben alle Quellen darin übereinstimmen, dass Jesus Wunder tat. Das geht auf das früheste Material von Jesus zurück. In manchen Evangelien wird sogar gesagt, wie zum Beispiel bei der Aufweckung der Tochter des Jairus, Talitha Kum, Mädchen steh auf, was fällt uns auf? Spätere griechische Schriften von Schriftstellern, die haben griechisch als damals kulturell bekannte Sprache einfach so weitergegeben. Aber dass da noch Aramäisch drin ist, lässt auf eine sehr frühe Überlieferung, hier weitergegeben wird, schließen. Die anderen Werke, die späteren sind auch alle auf Griechisch, weil es halt einfach die damals kulturelle Sprache war. Aber dieser aramäische Slang, der dann auch noch richtig wiedergegeben, zitiert, geschrieben und übersetzt wird, all das lässt halt schon darauf schließen, dass das auf frühestes Material aus der Jerusalemer Urgemeinde und damit auf Augenzeugen Material zurückgeht. Somit haben wir beste Gründe klarkommt, der muss wohl sein Weltkonzept überdenken. Denn nicht kann es nicht sein, dass Jesus Wunder tat, weil man glaubt, dass Wunder per se nicht möglich sind. Wenn Jesus Wunder tat und das historisch zeigbar ist, wie wir es gerade getan haben, und wenn plausibel ist, Jesus Wunder tat, dann müssen sich die, die das Ganze bezweifeln und ein skeptizistisches, materialistisches, naturalistisches, atheistisches Weltbild haben. Sich mal Gedanken machen, denn Jesus sprengt alle Grenzen, auch die der Naturalisten. Amen.